So einen wunderschönen guten Morgen Ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Es ist Mittwoch, es ist der 19. Juli 2023 und die Earnings Season, die ist in vollem Gange. Wir haben die diversen Banken Earnings zu sehen bekommen, schon letzte Woche Freitag beginne mit JP Morgan. Dann jetzt zum Wochenstart Bank of America. Wir haben Charles Schwab gesehen, wir haben beispielsweise Morgan Stanley gesehen. Aber heute, heute werden unsere Augen natürlich auf den Tesla Earnings liegen. Vielleicht auch auf den Netflix Earnings, aber wir wollen hauptsächlich unseren Blick heute hier auf Tesla werfen. Und dann natürlich auch, wir fischen aktuell noch im Trüben, wir wissen ja nicht, wie die Earnings veröffentlicht werden, wollen darüber hinausgehen, natürlich uns dann auch morgen an dieser Stelle den Tesla Earnings widmen und natürlich die Frage stellen, wie sind sie denn präsentiert worden und was wird das für eine Reaktion auf den Aktienkurs nach sich haben. Besonders nach den jüngsten Entwicklungen, die wir hier zu sehen bekommen haben, vielleicht auch nochmal nach den vor rund zwei Wochen veröffentlichten Tesla Deliveries, die deutlicher über der Wartung reingekommen sind und schon eine erste Indikation liefern, wo es da umsatztechnisch wahrscheinlich hingeht. Bevor wir auf die Details blicken, zunächst wie gewohnt natürlich der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesel und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor wir mit dem Handel beginnen, erstellen wir bitte persönlich unser Risikoprofil und oder lassen ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, laden uns dann auf xdb.com. Slash.de kosten uns eine Demo herunter, testen den Handel risikofrei, schauen, ob der Handel mit diesem Produkt sich für uns eignet und ausgehend eben auch von dem Risikoprofil, was FX-CFD-Produkten inne wohnt, sofern wir das für uns mit Ja beantworten können, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen, diesbezüglich aller Informationen. Ganz besonders der vollständige Risikohinweis, aber auch alle Informationen rund um beispielsweise die Plattform, wie gesagt, auf xdb.com. Slash.de nutzt darüber hinaus gerne die Möglichkeit, den Kundensupport für Fragen zu kontaktieren, rund um die Plattform, rund um die Kontoeröffnung, rund um, rund um. Also, die stehen euch dort mit Rat und Tat zur Seite. Persönliche Sache, ganz kurz der Hinweis, alles, was ich hier jetzt gleich präsentiere, ist nicht als Anlageempfehlung bitte misszuverstehen, sondern es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Meine Gedanken, worauf ich achte jetzt im Hinblick auf die Tesla-Earnings beispielsweise, aber wie gesagt, das ist keine Anlageempfehlung oder dergleichen, rein informativ, rein edukativ jeder Trade, den ihr basierend auf den Gedanken macht. Könnt die Gedanken gerne nutzen, aber geht ihr bitte in eurem eigenen Risiko beziehungsweise ausgehend von eurem eigenen Risikoprofil und in Eigenverantwortung entsprechend ein. XTB als bester CFD-Broker 2023 ausgezeichnet. Die Gründe, die dazu geführt haben, die findet ihr hier einmal in der Mitte aufgeführt und es läuft auch aktuell eine neue Umfrage seitens nämlich Broker-Vergleich. Die suchen den Online-Broker des Jahres 2023. Einmal hier den QR-Code scannen und dann gerne für XTB abstimmen oder beziehungsweise auch die URL separat nochmal eintippen ins Browser-Fenster. Wie gesagt, XTB würde sich über eure, über deine Stimme an dieser Stelle besonders freuen. Ein Grund, der vielleicht dazu beiträgt, dass du für XTB abstimmst, könnte die X-Station sein, auf die wir jetzt hier in dem folgenden einen Blick werfen wollen und wo ich natürlich schon den Chart vorbereitet habe. Einmal hier für Tesla und die Aktie, auf die wir blicken wollen, die sich nach der Squeeze-Bewegung auf der Oberseite hier im Jahr 2021 in den Jahresschuss hinein, damals ganz besonders, in einem Abwärtsmodus bewegt hat, fallende Hochs ausgebildet hat. Wir können hier diese blaufarbende Abwärtstrendlinie, können wir deutlich erkennen, die sich infolgedessen etabliert hat. Die Aktie hat sich dann im Jahr 2022 in einem Bärenmodus, natürlich auch dem übergeordneten Abgabedruck, nicht entziehen können, hat eine Korrektur gesehen, aber hat sich relativ stabil präsentiert, zumindest bis Ende des dritten Quartals. Und das war damals schon etwas, wo ich sagte, das könnte ganz interessant werden, wenn Tesla, wenn der Markt sich übergeordnet fängt und Tesla dann hier über diese, in dem Fall rot durchgezogenen Linie brechen würde, das könnte relativ zügig für die Allzeithuße in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Da war ich allerdings dann nicht vorbereitet, ehrlich gesagt, auf das, was noch kommen sollte im vierten Quartal, besonders dieser Meltdown, der sich dann über den gesamten Monat Dezember dargestellt hat. Da ist Tesla stark unter Druck geraten. Es wurden ja auch diversen Gründe ins Feld geführt, ob die jetzt wirklich dazu beigetragen haben, ich bin mir nicht so ganz sicher. Twitter-Übernahme, Elon Musk, das war hauptsächlich hier dieser Bereich, er musste Tesla Aktien verkaufen, um diesen Deal zu stemmen. Dann hatten wir hier entsprechend eben auch durchwachsende, durchwachsende earnings in Anführungsstrichen, also so ein bisschen die Frage, Konkurrenz beispielsweise, wie wirkt sich ein Hochzinsumfeld insgesamt auf Automobilfinanzierung insgesamt beispielsweise aus und so weiter und so weiter und so weiter. Ein richtiger Meltdown, der stattgefunden hat. Die Aktie wurde im Tief gehandelt bei rund fast 100 Dollar, also in der Vorbörse, glaube ich, hatten wir mal kurzzeitig das 100er-Level ziemlich genau angetestet gehabt und dann kam es eben im Rahmen einer breiten Rally am Markt zu einer sehr, sehr scharfen Korrekturbewegung, die sich jetzt weiter beschleunigt und mit Ausblick auf die Heute, ich zeige das mal ganz kurz hier einmal im Earnings-Kalender, da kann man Tesla eben sehen, nachbörslich heute am Mittwoch werden die Zahlen veröffentlicht, stellt sich natürlich die Frage, okay, wo stehen wir aktuell? Diese Aufwärtsbewegung, ist die hauptsächlich getragen, nur durch die Rallye, die wir zum Beispiel derzeit im Nasdaq sehen oder die wir im S&P sehen, ganz besonders im Nasdaq an dieser Stelle oder ist das auch in Anführungsstrichen Eigenverantwortung und starke Wachstumsaussichten? Ich würde sagen, es ist letzteres. Ich glaube, Tesla ist definitiv ein Leader im Bereich E-Mobilität, das kristallisiert sich immer mehr heraus. Ich denke, die jüngsten News, die wir rund um VW zum Beispiel gesehen haben und dergleichen, lassen da auch keinen anderen Schluss zu. Vielleicht, also sofern man von Konkurrenz sprechen kann, eine Rivian wäre vielleicht noch ganz interessant, das hatten wir ja auch mal kurz zum Thema gemacht, aber sonst spielt Tesla dort einfach in seiner eigenen Liga. Das ist einfach eine eigene Region. Ich erinnere mich noch dran, im Jahr 2021 habe ich mal beim Abendessen gesessen mit einigen Investoren und Tradern und Tesla hat da nichts Gutes abbekommen und die werden sich natürlich auch bestätigt gesehen haben im Rahmen dieser Korrekturbewegung über das gesamte Jahr 2022. Und auch zum Beispiel, die Konkurrenz wurde dort zum Thema gemacht, in Form von VW ganz besonders und dergleichen. Natürlich Automobilstandort Deutschland und dergleichen. Da bist du natürlich verteidigend unterwegs für den Standort Deutschland. Aber es kristallisiert sich ja zunehmend heraus, dass Tesla seine Marktmacht weiter ausbaut und auch seine Preissetzungsmacht genutzt hat zu Beginn des Jahres. Preissenkungen, wir erinnern uns daran damals die Bären, die darauf gesprungen sind und gesagt haben, na klar müssen die Preise senken, weil keiner will mehr Teslas kaufen. Das hat sich nicht wirklich bewahrheitet. Ganz im Gegenteil, das was Tesla hier eigentlich als Vision, das hatte ich damals schon gesagt, also vor rund einem halben Jahr, was die da als Vision haben ist, die wollen möglichst viele Fahrzeuge absetzen, um den wirklichen Boost im Hinblick auf die sogenannte Bruttogewinnmarge dadurch zu erhalten, dass sie früher oder später ihren FSD launchen, dieses Full Self Driving und in diesem Zusammenhang autonomes Fahren in Anführungsstrichen an den Mann bringen, was sich massiv positiv auf die Bruttogewinnmarge auswirken dürfte. Ich bin mir nicht sicher, in welchen Gefilden wir unterwegs sind, aber mir sparten so etwas im Hinterkopf, dass mal Elon Musk in einem Interview diesbezüglich wohl andeutete, dass wir dort eine Bruttogewinnmarge im Bereich um 80% sogar erreichen könnten, was jenseits von gut und böse ist. Ich glaube, das sollte nachvollziehbar sein, schon jetzt ist man im absoluten Luxussegment unterwegs, wenn man um die 20% liegt, ich glaube BMW ist bei 18, 19%, aber sei es drum, also um die konkreten Zahlen soll es gar nicht gehen. Wagt es auf jeden Fall diese Preissetzungsmacht, die du einfach hast als Leader in diesem Bereich, die macht sich bei diversen Automobilanbietern, macht sich die bemerkbar im Bereich E-Mobilität, die einfach jetzt schon Schwierigkeiten haben, ihre Fahrzeuge profitabel an den Mann zu bringen und mit den Preissenkungen dann Menschen auch dazu natürlich motiviert werden, eher einen Tesla zu kaufen, als ein anderes Auto zu kaufen, was teurer ist und eventuell auch von der Qualität im Hinblick auf das, was man dann erfährt, eben nicht derart ausgestaltet ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Delivery Numbers haben zu Beginn des Monats deutlich überzeugen können, dieses Gap-Up hier, da auf neue Jahreshochs, dem haben wir das zu verdanken, in Anführungsstrichen. Das ist eine gute Indikation, die sehr, sehr nah daran sein dürfte, wo wir hinsichtlich der Umsätze liegen dürften. Der Gewinn pro Aktie dürfte in diesem Zusammenhang natürlich logischerweise davon auch betroffen sein. Was interessant werden wird, wird viel weniger, glaube ich, der Umsatz bzw. der EPS sein, sondern das, worauf wir hier blicken werden und was uns interessieren wird, ist die Brutto-Gewinnmarge. Die wird erwartet im Bereich um 15-16% ungefähr zu liegen, das wäre deutlich unter der Erwartung, der Wall Street liegt bei 17-18% meines Wissens nach, deutlich unterhalb von 20%. Jede Überraschung in irgendeiner Form hier auf der Oberseite wäre eher bullisch zu werten, Überraschung auf der Unterseite eher negativ, wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich im derzeitigen Umfeld in der Lage wäre, für Verstimmung zu sorgen, denn das, was du eigentlich hauptsächlich hier als interessant erachtest, in einem solch stark wachsenden Unternehmen, weiter stark wachsenden Unternehmen mit einer derartigen Profitabilität, die Tesla immer noch an den Tag legt, wird sein, zum einen, dann fundamental eine Kennengroße erstmal, Free Cash Flow, das heißt also, wie viel Geld steht hier, in Anführungsstrichen, frei zur Verfügung. Da hat Tesla ungefähr in der Range von 4 Milliarden, 4,5 Milliarden pro Quartal in den letzten Quartalen performt, desto mehr Cash frei zur Verfügung steht, desto mehr Cash steht zur Verfügung, beispielsweise um Investitionen im Hinblick auf Gigafactories voranzutreiben, logischerweise. Da haben wir ja auch diverse Entwicklungen schon zu sehen bekommen, auch im Hinblick beispielsweise auf die Gigafactory Berlin-Grünheide. Da ging jüngst News um, dass man hier plant, die Produktion auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr hochzufahren, hochzuschrauben. Weitere Standorte haben wir jüngst ja auch gesehen, Treffen zum Beispiel von Tesla-CEO Musk mit dem Premier Indiens, Herrn Modi, im Hinblick beispielsweise auf einen Standort in Indien. Wir haben diesbezüglich auch in Südostasien einige Meldungen gesehen. Ich glaube, in Indonesien war in dem Zusammenhang auch ein beispielsweise Thema. Darüber hinausgehend, auch als Investoren, natürlich für uns interessant, mögliche Aktienrückkaufprogramme, die vielleicht dadurch gelauncht werden, könnten thematisiert werden. Advertisement-Campaigns zum Beispiel, Stichwort Twitter an der Stelle zum Beispiel, wo Musk ja auch seine Hand drüber hält, dass man an dieser Stelle das Cash nutzt, um entsprechend Informationen rund um Tesla an den Mann zu bringen und die Leute aufzuklären. Wie oft höre ich beispielsweise, Tesla, ja, es ist ja ein unglaublich teures Auto. Wenn man sich das mal in der Relation anschaut zu anderen Anbietern und vor dem Hintergrund auch der steuerlichen Vergünstigung, die man erhalten kann und entsprechend Subventionen, dann stellt man plötzlich fest, dass Tesla eins der günstigsten Fahrzeuge überhaupt ist tatsächlich. Also in den USA beispielsweise. Und das an den Mann zu bringen, das an die Menschen dahingehend zu informieren, könnte nochmal einen zusätzlichen Umsatzboost natürlich nach sich ziehen. Und all diese Entwicklungen, wie gesagt, das ist der Free Cashflow, der eine Rolle spielt. Wie gesagt, was uns besonders vielleicht interessiert, was mich besonders interessiert, Stichwort auch nochmal Full-Safe-Driving und autonomes Fahren, wird sein, welche Vision skizziert man hier. Das heißt also, wann kommt der Launch, wie plant man den Launch? Ich gehe davon aus USA, Kanada. Da wird erstmalig entsprechend eben FSD gelauncht werden. Die Frage wird sein, wann Launch man ist und vor allem auch wie. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man einen Monat allen Tesla-Fahrzeugen oder Fahrzeuginhabern entsprechend die Software kostenlos zur Verfügung stellt. Würde wieder Daten sammeln, logischerweise. Und dann ausgehend davon eben schauen, wie die Nachfrage nach diesem Produkt sich darbietet. Nochmal, dürfte einen massiven Boost im Hinblick auf die Brutto-Gewinn-Marge eben nach sich ziehen. Und dann auch eine entsprechend Wachstumsaussicht, wenn zum Beispiel eine Aussicht gestellt wird, dass dieses Jahr ausgehend von den Deliveries auch durch die Skalierung hier in den Gigafactories sogar realistisch wird, dass 2 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert werden. All das könnte nochmal eine zusätzliche Beschleunigung auf der Oberseite in der Tesla-Aktie nach sich ziehen, die uns hier in Richtung eben der 315, 320er-Region eventuell führt. Wir sind relativ steil gelaufen, aber ich will auch sagen, wir sind auch relativ steil gelaufen damals in der Nvidia. Und statt eines Rücksetzers nach dem massiven Gap Up, als die Erwartungshaltung der Wall Street um 60% im Hinblick auf die Guidance für das jetzt abgeschlossene Quartal übertroffen worden ist, haben wir keinen Rücksetzer gesehen, sondern tatsächlich eher noch eine Beschleunigung auf der Oberseite, nicht auszuschließen, dass Tesla vor einem ähnlichen Lauf steht. Wir werden es dann sehen, logischerweise, und werden das auch entsprechend einordnen, auch aus trading-technischer Perspektive, was machen wir da draus. Aber in Summe auf jeden Fall einmal, dass man eine Idee schon mal hat, worauf heute dann entsprechend im Hinblick auf die Earnings geschaut werden dürfte. Und soweit dann für heute. Erstmal mit Ausblick auf die Earnings und morgen an dieser Stelle schauen wir uns dann an, was die Earnings geliefert haben und vor allem, was wir trading-technisch, vielleicht investment-technisch draus machen können. Happy Trading! Passt euch so auf, habt euch wohl, bis dann und tschüss.